Bahnhof Apotheke in Kempten gibt es seit kurzem das Medikament Shufeng Shidu. Die Bestandteile dafür kommen aus China. Dort ist das Medikament schon lange als fertige Kapsel auf dem Markt, wird aber bisher nicht exportiert. Im Einsatz ist es in China derzeit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es ist aber eigentlich vielseitig einsetzbar. Die traditionelle Rezeptur aus China ist gemacht für virale Infekte der oberen Atemwege. Es spielt dann eigentlich keine Rolle im Ursprung, welche Art von Virus das ist. Das heißt, egal ob das jetzt ein viraler oder ein grippaler Infekt ist, ob das später eine Influenza dann tatsächlich gibt oder ob das Covid-19 gibt, das ist am Anfang dieser Behandlung eigentlich nicht so wichtig. Wenn die fertige Kapsel nicht hierher darf, dann müssen wir es eben selbst herstellen, dachte sich China- und Analytikexperte Hans Rausch und brachte die einzelnen acht Bestandteile des Arzneimittels mit nach Deutschland. Hans Rausch kennt Shufeng Shidu seit 2016. 2018 hat er mit den ersten Vorarbeiten dazu begonnen, um es künftig als therapeutisches Instrument gegen Influenza auch in Europa zuzulassen. Nun soll es auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen. Das Problem ist, wir haben hier keinen vernünftigen Therapieansatz für die Betroffenen. Das heißt, die Hoffnung auf die Impfung, das ist ein Weg. Das nutzt aber einen Betroffenen, der dann die Krankheitssymptome hat, nicht. Die Frage ist, die Intensivbeatmung dann in der Klinik mit seinen Spätfolgen und, 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 sind in vielen Fällen in China nicht mehr notwendig geworden, weil es eben flächendeckend großzügig in den Kliniken Einsatz fand. Und warum soll man nicht von jemandem lernen, der etwas kann, was wir noch nicht beherrschen? Die einzelnen Bestandteile von Shufeng Shidu werden in der Bahnhofapotheke zusammengemischt. Wichtig ist für Inhaber Dietmar Wolz, dass er ein sicheres Medikament herausgibt. Deswegen wird alles, was aus China kommt, erst einmal genau überprüft, bevor es gemischt wird. Die Qualitätssicherung war für Dietmar Wolz auch die Voraussetzung, es überhaupt bei sich herzustellen. Also die Reise begann, als mich die Firma...